Dieses Süppchen hat Hand und Fuß, würde ich sagen. Käsefüße. Arsch nicht gewaschen. Komm Junge, ich habe die Tür aufgemacht. Hier, nimm dir einen Rollstuhl. Setz dich rein, ich fahre nicht durch die Gegend. Hier möchte man nicht tot über den Gartenzaun hängen. Oh! Was für ein krankes Personal. Aber der... Hallo und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. So, und ja, weiter geht's mit dem zweiten Teil von Outlast. Was haben wir bisher geschehen? Wir wurden vergewaltigt, ausgeweitet, danach nochmal vergewaltigt. Achso, du bist draußen. Du bist nicht mehr durchgerannt. Achso, nee, ich bin noch am Schützturm. Wir sind schon längst gelandet. Warte, muss ich hier nochmal... Ich weiß nicht, ich bin noch am Handy im Moment. Muss ich nochmal... Ich komm mal weiter her. Nimm noch dein Ding. Ich mach hier noch... Ich mach hier noch... Ich muss ja eh die Prozedur nochmal rückgängig machen. Ich kann von drinnen dann nicht mehr nochmal die Innentür öffnen. Also muss ich jetzt von draußen. Auf hier mit dem Kind dazu machen. Was muss ich hier eigentlich machen? Brücke, Handelsschiff, Handelsfregatte, Asteroid, Nickel, Erzprobe. Alles klar, alles nicht hier. Ach, da ist er schon. Oh, es geht ab. Na, komm raus, komm schnell, schnell. Nicht, dass du zerdrückt wirst. Voilà. Ich finde ja Dittrich oder so eine Torch. Da können wir hier den... Dings doch abwarten. Ja. Durch die Fleischerei hier. Hier liegen noch Snacks auf dem Tisch. Keks und Wasserflasche. Geil. Ja. Hier haben wir auch noch einen Keks auf dem Tisch. Noch eine Wasserflasche. Gott, ich sauf. Hier liegt noch so ein Metallblech, falls du mitnehmen willst. Oh, ja. Egal. Steps. Und Schüsse. Oh. Oh, was bei dir? Spieler? Bin mir nicht sicher. Okay. Tot? Weggerannt. Ne, wahrscheinlich nur ein Hirnloser. Aber ist ja gut. Brauche ich ja. Hm. Da mit der Maus eigentlich, oder? Ne, das zählt halt noch. Das zählt halt auch noch, wenn du dir... Wenn du mit einer anderen Waffe tötest. Ach, die musst du bloß gequippt haben? Ja. Oh, ernsthaft? Ja, ja. Oh Gott, wie schlecht. Ja, aber ich glaube, das wird bald gefixt, oder so. Ja, ja. Ich sehe dich. Oh, ich glaube, hier looted einer. Drüben im Medic ist einer drinne. Ich bin unten links rum. Ja, ich heil mich gerade. Ja, der steht an der Tür noch. Unter mir ist auch einer. Ich habe ihn, den hier drin. Ja, der ist tot, der ist tot. Nice. Ich glaube, unter mir war irgendwo noch was. Oder ist was du? Ich bin die Treppen runterrennen. Du musst die Treppen runterrennen, dann links rum. Ich muss ihn dann hinten rein. Okay. Das Tunnelsystem ganz hinten hoch. Oh ja, hier sind noch Steps. Ganz sanft und zaghaft. Hast du Medizin gefunden, Gorki? Eine Morphiumspritze, ein großes Medikit. Okay, sehr gut. Aber ich gebe mir jetzt erstmal hier Keks, trinken, Vantage. 86%. Warte mal, ich habe doch hier eine Keks. 90%. Hast du alles? Hm. Spaceport-Banktransfer. Ich glaube, unter uns springt noch einer rum. Ja, ja. Aber ich sehe nicht. Der muss ja hinten sein. Ja, hier unten an der Säule war er. Direkt unter mir her, wo ich gucke. Das war bestimmt so ein herrnloser, oder? Denke ich mal, ja. Ich muss zur Bank, Gorki. Ich muss zur Bank. Was, zur Bank? Nee, die ist ja auch hinten, oder? Ja, eigentlich schon. Der ist ja da, wo der Safe und sowas ist. Warte mal, ich packe dir mal hier so Bonds in den Schrank. Die sind 18.000, so bis zu 18.000. Ach, die kriegst du online? Ja. Ja. Hast du? Ja. Okay, noch einer hier unten. Vermutlich war der Spiegel. Der kommt hoch. Ja, da unten. Da unten war er, okay. Ich glaube, der hat einen Escape-Pod genommen hier unten. Ja. Irgendwo. Der muss doch hier rein sein. Der hat doch hier die Tür. Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig oben aufstehen. Der ist hier drin. Hast du? Ja, ja. Geil. Oh, mit der Pumpe. Hat er sich in der Ecke verkrochen. So, jetzt nehmen wir die Schiffkarte von dem mit. Bringt sowieso nichts. Nee. Kann doch nicht mal gebrauchen. Okay. So, jetzt nehme ich mal hier das große Erste-Hilfe-Koffer. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir nochmal zurückrennen. Dann muss doch die Bank irgendwo. Außerdem will ich den Typen auf der Treppe mir nochmal angucken. Ja, ja, ja. Warte bloß, dass hier keiner... Nee, hier weg. Okay, los. Rechts hinter mir Steps. Ja. Können von hier gekommen sein. Das war ein herrnloser, oder? Ja, ja. Hier bist du vorhin schon gestorben. Achtung. Achtung, hier bin ich. Bitte? Wo ist denn die Treppe jetzt? Wo ich den lang gemacht habe? Das ist wahr. Ah ja, da muss er ja hier irgendwo... Da liegt er. Oh, das war aber ein dickerer, glaube ich, hier. Von der Rüstung her. Okay. Die selbe Rüstung hat er an, wie du sie vorhin anhattest, die ich von dir habe. Ja. Also, falls du upgraden möchtest. Ja, sage ich nicht. Nein. Ja, was hat er noch? Eine SVT-40, okay. Ich nehme sie mal mit. Ja. Und dann hier, wo ich bin. Hier, hier zur Bank. Ah ja, sehr schön. Nice. Ach ja, hier ist die. Okay, cool. Ja, kann man... Scheiße, kein Lockpick dabei. Nee, hier brauchst du einen Speisbrenner. Achso, hier für das Ding. Ja. Ja. Mist. Lass uns mal gucken. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Brenner irgendwie. Der hat auch noch so eine. Jagdmesser. Oh, was ist das? Ein Funkgerät-Rucksack ist hier drinnen. Nimm doch mit. Nee, der ist doch kleiner als den, den ich aufhabe. Achso, stimmt. Aber größer als den, den ich aufhabe, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Obwohl. Sicher? Sicher bin ich mir gerade nicht. Nee, deiner ist größer. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 24. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Du kannst, by the way, wenn so ein Rucksack irgendwo drinnen liegt... Ja. ...im Schrank kannst du Rechtsklick drauf machen und Rucksack öffnen. Da siehst du schon, wie groß der ist. Ah, das... Ah, okay. Gut. Musst du nicht erst wegschmeißen, anziehen. Aber schade, dass man auf der Erde nicht folden kann. Naja, was soll's. Hm. Gut. Was haben wir hier noch, Container? Ist leer. Dann sind wir hier durch, glaube ich, ja? Ja. Kein Dietrich am Start. Wenn wir noch so ein paar Hörnlose treffen, dann... Ja. Lass mich abknallen. Sechs Stück brauche ich noch. Okay. Oh, was haben wir hier? Rationsgiste, Kupfer. Oh, wie er angeschlichen kam. Sah gefährlich aus. Hier machen wir mit dem Bots raus, unten, oder? Was machst du raus? Mit den... Mit den, ähm... Mit den Fluchtkapseln. Ach so, ja. Ja, ja. Ja, ja. Eine übergezwirmmt. Na dann. Okay. Was haben wir hier noch? Metallfläch ist hier noch eins. Ach so, ich bin gerade auf dem Weg in den Kapsel. Oh, danke, Kupfer. Oh, war doch ein geiler Rät. War ordentlich klar Schiff gemacht hier. Mhm. Na. So will ich das. Wo ist jetzt das kleine Arschloch? So, und... Ach, da hinten. Bist du das da vorne mit der Kapsel? Bestimmt, ich zünde jetzt einen Boost. Bist du schon vorne am, am Exit, ja? Ja, ja, gleich. Oh, aber wie schnell, wie schnell bist du, bist du nach mir in die Kapsel? Du hast noch ewig rumgewühlt in der Tür, äh, im Loot. Links-Klick-Boost? Ja, hab ich auch. Ne, ich hab doch die andere Raumkapsel genommen auf der anderen Seite. Ah. Die ist vielleicht kürzer. Ich hab mich auch erst mal noch eine halbe Stunde gedreht, als ich ja das Exit irgendwo gesehen hab. Ja. Ja, ich bin rausgekommen, das Ding, der Exit war direkt vor mir. Aha. Ja, ein Marauder, zwei Raider. Mhm. Zwei Marauder, sechs Raider, naja. Oh, gleich 49. Ui, dann kann ich heute, wenn alles gut geht, noch Prestige machen. Bis zum nächsten Mal. van cheese. Bis zum nächsten Mal.